So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Infofolge Pokemon Go. Ich bin mit Pupsi jetzt gerade angekommen in Hibu. Wir wollen gleich noch den Seedate zocken, deswegen versuche ich jetzt vorher schnell dieses Infovideo noch rauszuhauen, denn genau am Donnerstag, nachdem ich den Stream beendet habe und abgehauen bin, aus der Stadt die Stadt verlassen habe, wurde das neue Event angekündigt. Es ist so viel, was schon wieder alles angekündigt wird durcheinander. Das ist das Weltmeisterschaftsevent dann und die Weltmeisterschaften, die stattfinden, das wussten wir ja schon, aber noch nicht den Inhalt des Events, was dazu kommt. Titelbild sieht auf jeden Fall schon mal richtig genial aus mit Samasenda, mit Sackjahn, mit dem Pikachu hier hinten. Meiner Meinung nach ein bisschen overdressed, einfach nur mit diesem Pullover oder Shirt, was das da hat. Wäre schon ein feiner Unterschied. Den Hut, den Hut finde ich nicht gut, ne. Passt aber dazu, so ist das auf jeden Fall noch auffälliger, wenn man das hat. Was ist jetzt hier aber? Die Pokemon Go, äh, Pokemon Go bei den Pokemon Weltmeisterschaften. Wir krönen einen Weltmeister. Vom 18. bis 21. August in London, England, im Excel, finden die Pokemon Weltmeisterschaften statt. Dort treten Pokemon Go-Spieler aus aller Welt gegeneinander an, um den Titel des Weltmeisters. Der Weltmeister bekommt neben anderen Preisen ein Weltmeister-Outfit, nämlich das, was ihr hier auf dem Bild seht. Das ist das Weltmeister-Outfit und eine exklusive Pose, was ich wieder richtig cool finde, dass das jetzt hier mittlerweile animiert ist. Und man auch die Pose schon sieht, wie die dann wirklich ausschaut mit diesem Pokal, der dann hochgehalten wird. Das ist auf jeden Fall, wenn ich, niemals eine andere Pose mehr. Niemals ein anderes, äh, Outfit, damit ihr genau wisst, wer derjenige ist. Ihr könnt das Ganze live verfolgen am 18. August, vom 18. bis, vom Donnerstag, den 18. bis Sonntag, den 21. 20. Jeweils ab 8 Uhr per Livestream auf Twitch gibt's einen englischsprachigen Stream hier, da kann man draufdrücken. Den Link werde ich euch jetzt nicht hier reinposten, weil ich bin ja kein Twitch-Fan, aber ihr könnt selber auf die Pokémon-Go-Live.com-Seite gehen, da findet ihr das. Oder vielleicht verfolgt ihr das eh schon, wenn nicht, verfolgt's halt mal. Adi, was wuselst du denn jetzt hier rum? Ich muss hier arbeiten, ich kann jetzt hier nicht deinen Avatar-Artikel. Auch wir können was haben, die, die dort sind und nicht der Weltmeister sind, können trotzdem was bekommen und die, die nicht mal dort sind und auch nicht der Weltmeister sind, können auch was bekommen. Anlässlich der Weltmeisterschaften werden im Spiel zwei neue Artikel für euren Avatar veröffentlicht. Das Weltmeisterschaften-T-Shirt, dieser Artikel kann weltweit gegen einen Code eingelöst werden, der im Stream zu den Weltmeisterschaften geteilt wird. Kurz darauf wird der Code auch über die offizielle Social-Media-Kanäle von Pokémon Go verteilt. Der Code ist bis zum 22. August 0 Uhr gültig. So, das ist das Blaue. Das Blaue ist für jeden verfügbar mit einem Code, den ihr dann also in diesem Twitch-Stream sehen könnt. Wenn ihr den nehmt und eingebt, dann müsstet ihr so ein T-Shirt bekommen. Ist gratis, also soll man auf jeden Fall mitnehmen. Das andere, das rote, was irgendwie ein bisschen fetziger aussieht, ist das T-Shirt für Teilnehmer. Diesen Artikel erhaltet ihr während des Events vom Pokestop beim Stand von Pokémon Go am Austragungsort der Weltmeisterschaften in London. Hm. Man muss also dort einen Pokestop drehen, um dieses T-Shirt zu bekommen. Also wer live in London ist, wer in London spielt an dem Tag, dort als Teilnehmer bei den Dings, könnte sich dieses T-Shirt da drehen. Da bin ich mal gespannt, wie viele Leute aus meiner Liste wieder so ein rotes T-Shirt haben. Ansonsten, der Rest kann sich zumindest das Blaue sichern. Das Rote sieht aber schon fetziger aus. Aber cool, dass es da so T-Shirts gibt, die auch natürlich gratis sind. Was bedeutet das Ganze für uns aber im Pokémon Go noch, außer ein T-Shirt? Wir kriegen ein Event, ein weltmeisterliches Event in Pokémon Go. Auch vom Donnerstag, 18. August. 10 Uhr bis Dienstag, den 23. August, 20 Uhr. Auch in Pokémon Go feiern wir die Pokémon-Weltmeisterschaften, alles rund um die Go-Kampf-Liga. Es gibt ein Debüt vom Weltmeisterschaften-Pikachu in Raid-Kämpfen, der Stufe 1, in Feldforschungen und in einer befristeten Forschung. Dieses Pikachu wird es also nicht wild geben. Es steht ja alles unter dem Titel Kampf. Wenn ihr es also wild fangt, habt ihr nichts zu kämpfen. Es ist in Raid-Kämpfe verpackt, was jetzt wieder viele Leute nerven wird. Ich freue mich drauf, da habe ich mit den kleinen Accounts wieder was zu tun und kann da ein bisschen Shiny-Hunting betreiben vielleicht. Da wäre es natürlich vielleicht cool, einen Stream dafür anzubieten, dass man zusammen mit den Zuschauern versucht, das Shiny-Pikachu zu bekommen. Ich weiß aber nicht, wie ich Zeit habe, da ich ja vom Montag bis zum Samstag weg bin. Der Sonntag wegfällt, der Montag wegfällt und dann eigentlich nur noch der Dienstag da ist und dann ist das nur noch bis 20 Uhr und dann ist das eigentlich zu spät. Dienstag, also entweder eine Spotlight-Stunde-Stream oder Raids für Zuschauer mit Pikachu. Ich weiß nicht, ob da so viel Interesse da ist oder ob ihr sagt, ne, bleibt das selten, bleibt das was anderes. Vielleicht kann ich da ja mal abstimmen lassen. Ich glaube nämlich, da wäre ich eh wieder alleine zur Spotlight-Stunde, also könnte ich auch Shiny-Hunts mit Weltmeisterschafts-Pikachu machen am allerletzten Tag oder irgendwas. Event-Boni. Bei Poké-Stops erscheinen Herausforderer mit Pokémon-Teams, die an die Teams des Sieger der Pokémon-Go-Regionalmeisterschaften angelehnt sind. So, das ist ja wie die Rocketrübel, die überall immer erscheinen oder sonst was. Jetzt habt ihr dann also diese Herausforderer. Wir erhalten die dreifache Menge Sternenstaub als Belohnung für Siege in der Go-Kampf-Liga. Also die Leute, die sowieso GBL zocken, werden wieder mal mit Sternenstaub überschüttet. Und bei dem Event kann man 10 Kampfsets spielen statt 5. Das heißt, 50 Kämpfe pro Tag statt 25 Kämpfe. Freue die meisten, kommen sie schneller voran, können mehr Staub machen. Es gibt eine befristete Forschung, das stand ja auch schon oben dabei. Am Ende kriegt man bei der befristeten Forschung wenigstens mal eine Begegnung mit dem Pikachu, was natürlich shiny sein kann. Vielleicht habt ihr Glück, kriegt es daraus. Und sogar gleich gute IV. Und eine Top-Sofort-TM und eine Top-Lade-TM, die auf jeden Fall mega wichtig sind. Und ich gut finde, dass sie hier kostenlos zur Verfügung gestellt werden, weil man die ja sonst auch nur aus teuren Boxen bekommt. Oder eben bei der GBL ab einem bestimmten Rang hin und her. Hier aber in der befristeten Forschung am Ende, die zwei TM's lohnen sich auf jeden Fall jetzt schon mal, nehmen die auf jeden Fall mit. Wilde Pokémon, da das Pikachu ja nicht wild erscheint. Was erscheint denn wild? Nidoran, Menki, Macholo, Hydropi, Zubiris, Miditi, Warplu, Seemops, Glibungel, Arakwa. Alles kann shiny sein, bis auf Arakwa, weil das ist noch relativ neu drin. Nidoran, Nidoqueen wird auf jeden Fall oft genutzt, auch in GBL. Macholo, richtig cooles Pokémon, 6er Armee muss am Start sein, sage ich jedes Mal. Hydropi mit Zumbix wird oft genutzt, alles. Mediti wird oft genutzt, Zubiris wird oft genutzt. Bei Rasav weiß ich jetzt gar nicht, ich habe glaube ich noch nie einen Rasav gesehen in der GBL, aber ich zocke auch nicht so oft. Ansonsten ist das natürlich alles auch viel, entweder viele Kampf-Pokémon oder viele Pokémon, die nützlich sind in der GBL, um damit zu kämpfen. Seemops, Walreiser weiß ich gerade auch nicht, habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Und Arakwa, wie passt Arakwa hier rein? Wisst ihr das? Ist das gut? Ist das einfach nur so da? Schreibt es mir in die Kommentare. Mit etwas Glück begegnet ihr auf folgenden Pokémon, Zurokeks und Galaflundschlick. Galaflundschlick sehe ich auf jeden Fall immer in der Superliga. Zurokeks auch recht häufig, Galaflundschlick natürlich kann auch shiny sein, Zurokeks noch nicht. Wer noch kein Galaflundschlick als shiny hat, nehmt das mit. Sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus. Raid-Kämpfe, Stufe 1. Pikachu, wissen wir ja, wird wahrscheinlich heiß begehrt sein. Galaporender, Merrill, Schmerbe, Praktibalk, Zurokeks. So, Zurokeks kann auch wild sein, muss man jetzt keine Raid-Kämpfe machen, kann man auch schön brüten. Praktibalk wäre was, was man nur aus dem Raid bekommen kann, was es aber schon so oft gab und auch in Zukunft geben wird, auch außerhalb von Events. Und was sicherlich, so wie Scheinux, auch mal einen Seaday bekommt, würde ich jetzt nicht komplett ausrasten. Merrill hat schon so viele Kampftage und Events gehabt. Schmerbe, ja, wer vielleicht noch ein gutes braucht, aber ist auch so oft in der Wildnis anzutreffen. Ich würde komplett, wirklich, wahrscheinlich als Weltmeisterschafts-Pikachu raiden, wenn ich 1er Raids mache. Und ansonsten nichts. Stufe 3er Raids, Rasav, Schlur, Panzer Aeron. Ich glaube, Panzer Aeron auch hier am nützlichsten noch für GBL, aber kann man ja auch wild einfach fangen, sich ein gutes suchen und so. Stufe 3 Raids also auch nicht so interessant. Stufe 5 Raids mit Sakjan Samasenda, wo ich schon das Problem habe, dass ich ja nur am Sonntag dann Zeit habe, einmal am Sonntag schon angekündigt ist nach dem Urlaub. Sakjan Raids und die Woche drauf am Sonntag Samasenda Raids. Jedes bekommt eine Raidstunde, am Mittwoch kriegt Sakjan seine Raidstunde, die Woche drauf Samasenda, aber eigentlich sind die beide gleichzeitig da, was wieder viel für Verwirrung sorgen wird. Mega Raids, Mega Lamus ist vielleicht jetzt mega langweilig für die meisten auch. Also, da Sakjan und Samasenda beide ja auch noch nicht shiny sein können, Sakjan aber eigentlich relativ gut gestellt ist, gerade in der Meisterliga, könnte ich mir vorstellen, dass Sakjan wohl mit am interessantesten ist, aber eben auch das Weltmeisterschafts-Pikachu. Ich würde versuchen, das shiny Pikachu zu bekommen und irgendwann kommt ja Sakjan Samasenda eh auch nochmal als shiny in die Raids, dann kann man da immer noch raiden und machen. Pokémon Feldforschungen, Bisasam, auch nochmal Pikachu, Nebulak, Rihorn, Carbador, Endivir, Hydrobi, Galazickzacks, was ja jetzt ab elf seinen Seeday hat. Tarnel, Galaflun schlägt der Thiri, also vieles, was auch schon Seedays hatte. Tarnel, mega interessant, Nebulak geht auch immer, Rihorn geht auch immer, Hydrobi, auch richtig genial, aber habt ihr ja eben auch wild. Hier, ja, Tarnel, Tarnel Favorit, glaube ich, Tarnel, gönnt euch Tarnel, denn dann kommt auch das nächste hinzu, exklusive Attacken. Wenn ihr während des Events euch ein Rihornior bastelt, dann bekommt das wieder seine Seeday-Attacke Felswerfer, die ist einfach mega stark, das ist so eine gute Attacke, gönnt euch unbedingt Rihornior mit Felswerfer. Wenn ihr einen Gänger bastelt, bekommt ihr Finsterfaust, was wieder GWL-relevant ist, Garados bekommt Nassschweif, Metacross bekommt Sternenhieb, absolut top, also Rihornior und Metacross, diese zwei, lasst euch das nicht entgehen. Wenn ihr noch alte Tarnel habt oder alte Rihorn, selbst wenn die IV schlecht sind, nehmt einfach das höchste Tarnel, was ihr habt, entwickelt das einmal durch, dass ihr noch ein richtig WP-starkes Metacross mit Sternenhieb habt, das wäre richtig genial. Oder wenn ihr einen 100er aufgehoben habt, vergesst nicht das zu entwickeln, Fiyaro kommt auch wieder rein mit einäschern und so weiter, ist auch in der GBL häufig vertreten. Aber meine zwei Top-Pokémon sind dann eben Metacross und Rihornior. Adi Schatz. Und, besondere Avatar-Artikel, anlässlich des Gala-Mottos der Pokémon-Weltmeisterschaften werden die folgenden von der Gala-Region inspirierten Artikel im Shop erhältlich sein. Ein Drachen-Sport-Oberteil, Drachen-Sport-Shorts. Au, Unlicht-Sport-Oberteil, Unlicht-Sport-Shorts. Hä? Das sind doch aber, was ist hier Drache, was ist Unlicht? Ich sehe doch aber da drei verschiedene. Wir haben doch DUT, DUT und DUT. Fehlt doch nicht was? Okay, mir egal. Das war es auf jeden Fall, glaube ich, von meiner Seite aus. Also, ich finde es mega interessant, viel eben mit Kämpfen zu tun. Ich freue mich hier auf die kostenlosen Artikel, die kostenlose Kleidung, die man bekommt. Ich freue mich auf das Pikachu, auf die befristete Forschung. Ich habe Bock, ein paar Bonbons zu sammeln. Nochmal für immer Holohydropi vielleicht irgendwas. Und natürlich in Raids. Ich möchte, ich habe meinen 100% Sackjahren. Ich würde bei Sackjahren gucken, dass ich die restlichen XL-Bonbons bekomme. Aber die kriege ich wahrscheinlich in der Raid Mania. Und außerhalb davon ein bisschen Shiny-Hand nach dem Weltmeisterschaftspikachu. Denn das ist das Besondere für mich an diesem Event. Ein paar Pokémon entwickeln für die Attacken, für eure Armeen, dass die wachsen. Und ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Was ist euer Favorit? Freut ihr euch auf dieses Event? Habt ihr Bock oder werdet ihr vielleicht sogar nach London fahren? Werdet ihr dort dabei sein? Guckt ihr den Twitch-Stream, sonst was? Schreibt mal ein paar Kommentare drunter, damit ich weiß, was bei euch abgeht. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut. Euer Ramses. Ciao, Adi.